Was fällt euch auf? Was habe ich denn erneuert? An alle die, die mein Team schon so kennen. Ich habe wieder ein bisschen Farbe ins Leben gebracht. Ach Leute, ich habe euch noch gar nicht gezeigt. Ich habe schon eine Champions League Karte gezogen. Schaut mal, First Owner. Hataaa. Aber da warte ich noch. Also ein Walkout. Leute, wer von euch gönnt mit einem Walkout? Abfahrts. Oh, schon in Ipp-Form. Ist das Flair? Okay, Leute. Erstes Pack? Geil. Geht ja klar, Leute. Letzte Woche war das erste Pack Femino, ne? Das erste Pack war Femino und das letzte Pack war Salah. So lässt sich's arbeiten und er hat wirklich geile Werte. Wie viel kostet der Boy? Oh, Pato ist auch am Start. Oha, Leute. Der kostet 45.000. Ich muss euch einmal sagen, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, ne? Noch ein Impon. Oder ein Walkout. Oder eine Tafel. Es ist... Leute! Ich liebe diese Packs. 85 Mares? Okay, gut. Und ich lade heute ein Video hoch. Ich lade heute ein Video hoch, dass ich keinen Backlack mehr habe, ne? Und jetzt kommt Mares. Ein Walkout oder eine Ikona. Ich habe schon lange keine Ikone mehr gezogen. Ach, Leute. Ich habe erst eine Ikon gezogen. Aber hey, ich kann mich gerade gar nicht erinnern. Kann mir irgendjemand sagen, welche Ikon ich gezogen habe? Ich will ja nicht pushen oder so, ne? Ach ja, stimmt, Leute. Prime Ikon Ronaldinho. Stimmt. Habe ich vergessen. Tut mir leid. Really? Leute? Really? Das ist nicht so very nice, ne? Das 100k Pack als erster. Okay. Alter, ich bin jetzt mega, mega gespannt. Ich bin auch ein bisschen nervös. Eine, 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 eine Walkout. Ein Walkout. Come on. Bitte was Gutes. Nein. Hä? Immobile. Okay. Aber wie viel kostet Immobile? Okay, das, ja. Wenn er viel kostet, dann bin ich glücklich. Wenn er viel kostet, dann bin ich glücklich. Ich glaube sogar, dass er gar nicht mal so wenig kostet, ne? Der kostet, alter, okay. Der kostet fast so viel wie mein Rest. Der kostet 25k. 25k, aber trotzdem, Leute. Ein Walkout wenigstens. Ein Walkout. Vielleicht noch ein Varan oder so. Come on. Nein. Wir haben eine Ikon gezogen. Und was bekommen wir, Leute? Wir bekommen safe irgendwas da unten. Drückt alle nochmal einen fetten, fetten Daumen nach oben. Und das würde mich sehr, sehr freuen. Hinterlässt gerne ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Danke einfach für eure Unterstützung, Leute. Wir legen los. TDW-Pack. Ich hab's mir aufgehoben. Das ist mein Elite 2 TDW-Pack. Please, okay? Please. Wir machen lieber ein Shiki-Chat-Pack. Irgendwas Gutes. Bitte. 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 Ich warte einfach, bis der Chat spammt. Come on. Bitte lasst ein Walkout sein. Lass es bitte ein Walkout sein. Bitte, 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 bitte. Eiii. Also ist nicht gut, ne? Eiii. Leute. Ich wollte eigentlich die Rewards morgen öffnen. Aber ich hab mir gedacht, nein, ich halt's nicht aus. Warum? Und ich bete, dass wir den roten El-Sharavi ziehen. Aber gibt's doch geileres? Das gibt er schon. Aber würde ein Cavani und ein El-Sharavi in derselben Reihe sein? Ich würde mich für El-Sharavi entscheiden. Bitte. 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 El-Sharavi, Leute. Come on. Bitte. Bitte. Nein. Okay. Eiii. Chesney ist ein 87 Rating. Geil. Okay. Kann man lassen, also. Da kann man nicht unzufrieden sein, so. Bitte El-Sharavi, Leute. Bitte. 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 Bitte, Shiki. Du musst El-Sharavi holen. Bitte in rot. Komm, Shiki. Bitte nie. Ich hab nie Glück in diesem scheiß roten Imp-Form-Scheiß-Haufen. Mann, okay, 87. Chesney ist nicht schlecht. Ne? Come on. Da muss jetzt noch ein Walkout drin sein. Upwards. Ja! Erstes Pack-Walkout. Champions League-Karte. Oder keine Ahnung. Champions League-Karte. Hä? 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 Stirling! Leute, wenigstens da! Ich bekomme kein El-Sharavi, aber wenigstens Rahim Stirling im ersten Tag. Ja! Oh mein Gott. Das ist ja nicht Genugtum. Ja! Rahim Stirling. Chichi. Ihr schreibt sogar Chichi, ohne dass ich euch das sage. Ihr seid die Besten, Leute. Ja! Ich freue mich gerade ab nochmal. Geil. 200k? Das heißt, am besten behalten, oder? Am besten behalten, weil ich hab Pik hier auch gezogen. Ganz ehrlich. Ohne Witz. Für das, dass ich keinen roten El-Sharavi bekommen habe. Wurde mir der wenigstens gegönnt. Kacks, wie der Coins war. Na klar. Ja. Hihi. Äh. Ist das der Geta? Der Napi-Geta? Na ist das jetzt lecker? Ach Gott. Jetpack. Diese Saison ist noch nicht zu geil mit Jetpack, ne? Bekomme ich eigentlich eine Gratis-Robbe, weil ich heute Geburtstag habe? Nein. Eine Robbe kostet immer. Aber hey, eine Robbe kriegt man nicht geschenkt, ne? Eine Robbe kostet. Robbe immer teuer. Teuer. Machen immer Business mit Robbe. Du weißt. Portugal jetzt sogar der Robbe. Na klar, Leute. Walkout. Portugal. Stürmer. Ist es nicht das, was wir alle sehen wollen? Abfahrt. Große CR-Pack. Let's go. Bitte ein Walkout auf die große C. Nein. Mann. Aber Tafel. Pato, ich hab heute das zweite Mal CR-7 gezogen. Zack. Nächstes Pack einfach mal auf spontan. Ohne viel Palabra. Mbappé. Oh Gott. Die nächste Ungleich-Harte. Doch nicht. Frankreich. Mbappé. Mbappé, Leute. Oh mein Gott. Rahim Sterling und jetzt Mbappé. Was ist da los? Was ist da los? 22,51. Ich hab mir gedacht, okay, ich verschwende nicht so viel Zeit. Ich öffne einfach M-Ba-P-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H-E-H. Sehr geil, Leute. Sehr, sehr geil. Das sind meine Division Rivals Rewards, by the way. Das ist mein Pack von den Dish. Division Rivals. Samba, Samba. Samba, Samba. Okay, das war kein Samba, aber egal. Egal. Muss los. Weiter geht das Twittern. Wir haben heute Sterling gezogen, 200k und jetzt freaking fucking M-Ba-P-Lot-Eur oder wie der heißt. Keine Ahnung. Wie viel kostet der? Den verkaufen wir safe. Mann, und sorry auf jeden Fall an meine Nachbarn. Es ist mir echt leid, dass ich da vielleicht ein bisschen zu laut bin ab und zu, aber was sein muss, muss sein, ne? Jetzt kommen die 100k-Packs. Come on. Nächster Workout. Dies. Come on. Nein. Aber Tafel, Schland, Torwatte. Wow, Mann. Seid einfach froh, dass das kein Chat-Pack war. Weil das würde die ganze Zeit, ha, 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 ha. Dann würde nur ein ha, 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 Spam kommen. He, he, he. Nose-Pack. Shiggy hat mir heute nicht geholfen, ne? Das heißt, wir machen auf Nase. Ein Escharavi wär auch cool. Jetzt im Pack. Ja, 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 ja. Die Baller. Na klar. Ne, sagt nicht der. Ne, ne, na. Come on. Ich will den nicht haben. Ich glaube, den habe ich gestern schon gezogen. Der Huren-Mater. Yes. Alter, jetzt dachte ich, ich habe Cristiano Ronaldo. Ich dachte jetzt ernsthaft, ich habe Cristiano Ronaldo und ich wusste das nicht. Ich schwöre, sie können ja nichts dafür, ne? Aber die Namen sind schon geil. Die Namen sind echt geil von diesen Boreanern und Japanern. Wer ist denn mit Vornamen? Da ist ja noch wer. Kim Bong-Jung. Hakim Po. Gibt es noch einen Koreaner? Wir müssen mal versuchen, diesen Namen schnell zu lesen. Van der Water. Hallo, wie heißt denn du? Ich bin, ich bin Silvester Van der Water. Scheiße, Mann. Park Kim Po Van der Water. Wow. Ist okay, ich weiß. Es ist nicht lustig. Aber ich habe halt so einen eigenen Humor, ne? Van der Water. Ich komme immer noch nicht drauf klar, Leute. Was gibt es denn heute zum Trinken? Van der Water. Alter, die Spanier haben einfach so geile Namen, ne? Aber, okay, da wird jetzt ähnlich Szene sein. Ich muss jetzt noch ganz kurz zu den Koreanern, Leute. Es tut mir einfach leid. Okay, Son. Hank Ho Won. Kroon Shong Ho. Kroon Shil. Kenne ich gar nicht. Kyuk Sueng. Li Shanyu Sung. Kroon Hiong Ho. Sukroong Yun. Alter, wenn das meine Nachbarn hören. Wenn das meine Nachbarn hören. Die denken sich, ist der behindert? Hat der nicht mal alle Tassen im Schrank? Shin Ho Hiong. Kim Jong Jong. Okay, denn da darf ich nichts sagen. Kroon Hiong Ho. Sin Yung Ho. Kim Yung Su. Kroon Hiong. 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 Ich könnte jetzt zwei Stunden da sitzen mit euch. Wer? Phoenix FIFA. Die denken sich nur, wem beschwört er herauf? Allein die Vorstellung. Allein die Vorstellung. Mein Nachbar ist Arzt. Er steht vor meiner Tür und er denkt sich so, wem beschwört er da jetzt herauf? Was hat denn der für eine Diagnose? Fuck. Kim In Cru. Oh, tschau Leben, Leute. Erstmal eine Energy. Kroon Hiong. 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 Tschau Leben, Kroon Hiong. Danke, danke, danke.